Hey Leute, wie ihr ja wisst bin ich diese Woche im Urlaub, deswegen gibt es diese Woche keine Videos von mir. Dafür jeden Tag ein Video eines anderen, meistens kleineren Star Wars YouTubers. Heute gibt es ein Video von Nerdverse, darüber warum Anakin Skywalker's Machtgeist oder überhaupt gar kein Machtgeist in Episode 9 auftauchte. Am Ende findet ihr natürlich auch Nerdverse verlinkt, schaut bei ihm auf jeden Fall mal vorbei und lasst vielleicht auch ein Abo da. Und damit jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, auch von meiner Seite ein kleines Hallöchen, falls ihr noch nicht auf meinen Kanal gestoßen seid. Ich bin Nerdverse und ein sehr, sehr großer Fan und Bewunderer des Star Wars Universums. An dieser Stelle auch noch ein großes Dankeschön an Star Wars Basis, dass ich ihn während seinem Urlaub mit einem kleinen Video hier vertreten darf und ich hoffe doch, dass ihr bei mir genauso viel Spaß habt und natürlich auch mit etwas mehr Wissen das Video verlassen werdet. Jetzt aber genug gequatscht, legen wir mal los. Genau. Star Wars Episode 9 oder auch der Aufstieg Skywalkers enttäuschte viele, viele Fans und das zu Recht. Eines der vielen Probleme des Films war in den Augen der Fangemeinde die körperliche Abwesenheit Anakin Skywalkers, denn man erhoffte, er würde als ein Machtgeist wie einst in Episode 6 auftauchen und zwar aus dem Grund, seinen Enkel Kylo Ren vom Pfad der Dunkelheit zu befreien. Nun gibt es eine sehr interessante Fan-Theorie, die nicht nur erklären könnte, wieso der Machtgeist von Anakin abwesend war, sondern auch kein anderer bereits vor langem verstorbener Jedi, wie zum Beispiel Obi-Wan, sich blicken ließ. Die Theorie beschreibt es eigentlich recht simpel. Zu Beginn wäre es äußerst unwahrscheinlich, dass der Machtgeist von Anakin Skywalker nicht irgendwie versuchen würde, seinen Enkel davon abzuhalten, sich der Dunkelheit zu unterwerfen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es dieselbe Person war wie zuvor bei Anakin, nämlich Palpatine und in diesem Fall soll sogar der Imperator dafür verantwortlich sein, dass die Machtgeister nicht in der Lage waren zu erscheinen. Nach seiner herben Niederlage auf den zweiten Todesstern würde Palpatine nichts lieber tun, als den Geist vom in seinen Augen verräterischen Anakin Skywalker zu foltern, indem er ihn gänzlich von der Macht abkoppelt. Hilflos müsste er dann zusehen, wie sein Erbe zerstört wird, so zwingt er ihn dazu, zu beobachten, wie der neue Jedi-Orden seines Sohnes Luke in die Binsen geht und sein Enkel Ben sich der dunklen Seite zuwendet. Diese Theorie erklärt auch, warum andere Jedi nicht als Machtgeister erschienen, bis Ray-Z am Ende von The Rise of Skywalker durch den Tod des Imperators von dieser Art Machtgefängnis befreit. Ich bin alle Jedi. Klingt eigentlich alles ganz einleuchtend, aber der Haken an dieser gut klingenden Theorie ist der, dass in Star Wars 8 und 9 bereits zwei Machtgeister vor dem Tod Palpatines erscheinen konnten, und zwar Yoda und Luke. An dieser Stelle springt die Theorie aber noch mal ein unerwähnt, dass Luke und Yoda lediglich auf Ansh-Toho erschienen sind, einem Planeten, auf dem sich die ersten Jedi niedergelassen haben und wo auch der erste Jedi-Tempel steht. Vielleicht konnte Palpatine sie hier nicht abschotten, da die helle Seite dort einfach viel zu stark war für sein Einwirken mit der dunklen Seite. Aber ihr könnt gerne mal unten hier in die Kommentare schreiben, was ihr so zu dieser Theorie sagt. Hättet ihr gerne eine Erklärung gehabt, wieso kein einziger Machtgeist bis auf Luke und Yoda in Episode 9 erschienen sind und sie sich nur als Stimme manifestieren konnten? Hat hier vielleicht Palpatine irgendwie seine Finger im Spiel und verhinderte, dass Anakin Kontakt zu Ben aufnimmt? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ja, und das war's auch schon mit diesem Video, mit meinem kleinen Gastauftritt könnte man sagen auf dem Kanal von Star Wars Basis. Nochmal ein großes Dankeschön an ihm, dass ich heute hier sein durfte und ihn vertreten durfte in seiner Urlaubszeit. Und falls ich in euch die Interesse geweckt habe, auch meinen Kanal zu besuchen, könnt ihr das natürlich gerne tun. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja demnächst in einem Video wieder. Ich verabschiede mich hiermit, macht's gut und bis dann.